Ich bin Michael, Mitgründer und Geschäftsführer von Project Together. Project Together begleitet junge Menschen dabei, ihre Idee für eine bessere Zukunft tatsächlich in die Tat umzusetzen. Ich bin Philipp, Mitgründer von Project Together. Ganz viele junge Menschen haben große Ideen und einen starken Willen, die Zukunft zu gestalten. Aber genauso viele haben die Ohnmacht, nicht zu wissen, wie sie komplexe Probleme angehen sollen. Hi, ich bin der Robert, ich bin Coach bei Project Together. Ich bin ursprünglich ein Unternehmensberater und ich coache Ulrike, Annalena und Henrike mit der tollen App SitEinander. Ich bin Annalena, ich habe mit meinen beiden Schwestern das Unternehmen SitEinander gegründet und damit wollen wir Eltern dabei helfen, den Familienalltag zu meistern. Bei unserem Projekt unterstützt uns Project Together, indem wir alle zwei Wochen in Kontakt mit unserem Coach stehen und einfach die ganze Community hinter uns haben. Wir haben vor einem halben Jahr mit der Idee angefangen und jetzt haben wir die ersten Prototypen erstellt und wollen Ende des Jahres die erste Beta-Version gelauncht haben. Viele Projekte verlaufen sich in den ersten Herausforderungen dann doch im Sande. Da ist es wichtig, jemanden zu haben. Jemand, der begleitet, jemand, der zuhört. Mit unserem strukturierten Coaching gehen wir von einer vagen Idee, was man alles verbessern könnte in unserer Gesellschaft, ins wirkliche Tun. Indem Sie als Unternehmen mit Project Together zusammenarbeiten, haben Sie die Möglichkeit, die Offenheit, Neugierde und vor allem Herangehensweise einer neuen Generation kennenzulernen. Wir arbeiten als Capgemini seit mehr als zwei Jahren mit Project Together zusammen und waren von Anfang an von den Ideen, von Energie, die sprudelt, begeistert. Ich lerne viel über mich selber, wie ich besser coachen kann, was ich dann auch später wieder in der Berufswelt selber einsetzen kann. Das Coaching hier hilft mir, meine Coaching-Skills auch im Unternehmen selber, bei Mitarbeiterführung wirklich voranzutreiben, weil es ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Und somit kann ich mich generell mal neue Methodiken ausprobieren und dadurch auch selber eigentlich ein besserer Coach werden. Und ja, ich bin begeistert, was ich alles eigentlich neu gelernt habe. Indem Sie als Unternehmen mit Project Together zusammenarbeiten, befähigen Sie eine neue Generation an Weltveränderungen. Zusätzlich werden Ihre Führungskräfte fit für die Zukunft. Wir freuen uns auf viele neue Ideen, die wir zusammen anpacken können.